Kulturelle Aneignung. Um ehrlich zu sein, ist es eines meiner absoluten Lieblingsthemen. In Kiel wurde ein Konzert abgesagt, ein Konzert des Musikers Tom Fronza. Er ist einer der wenigen professionellen Ditchery-Do-Spieler in Deutschland. Es gibt kaum ein anderes Thema, bei dem sich Linke und Rechtsextreme so einig sind. Die eigene Kultur, die eigene Ethnie, im Endeffekt möchte man sich nicht mit etwas anderem, etwas Fremdem vermischen. Man will unter sich bleiben. Die Bezeichnung der kulturellen Aneignung ist ja grundsätzlich erst einmal werteneutral. Dass das etwas Schlechtes sein soll, könnten die Verfechter und Freiheitskämpfer hinter dieser Thematik direkt von den Nazis übernommen haben. Am 13. Oktober sollte der Musiker Tom Fronza mit seiner Band in Kiel in der alten Mu am Lorenzdam auftreten. Laut den Kieler Nachrichten sprang der Veranstalter kurzfristig ab. Der Grund? Fronzas Instrument sei eine kulturelle Aneignung. Also nicht mehr neutral, sondern diese Aneignung, also die Vermischung unterschiedlicher Kulturen der einzelnen Völker, muss jetzt etwas Schlechtes sein. Paradox, oder? Linke fordern ständig, dass wir alle gleich sind, dass Landesgrenzen abgeschafft werden sollen, aber die Kultur darf sich nicht vermischen. Auch Dieter Nuhr sieht es ähnlich. In seiner Sendung kommentierte er das Thema, die Berechtigung zum Spielen eines Musikinstruments wird hier nach völkischer Abstammung vergeben. Und? Ich glaube, das hätte den Nazis gefallen. Das glaube ich übrigens auch. Die modernen Kulturmarxisten, linksextremen, radikalen Klimaextremisten, all jene wären sicher gut mit den Sozialisten von damals ausgekommen. Die Bild schreibt, Fronza selbst, der einige Jahre in Australien lebte und das Didgeridoo bereits seit 1997 unterrichtet, fühlt sich von der Entscheidung überrumpelt. Bereits vor rund sechs Monaten war der Termin mit dem alternativen Kollektiv-Fahrrad-Kino-Kombinat, kurz FKK, vereinbart worden. Von der Absage erfuhr der Musiker nur durch Zufall. Der Veranstalter lehnte eine Aussprache ab. Mehrere Versuche zur Kontaktaufnahme scheiterten. Auf Facebook konterte Tom Fronza, Der Begriff Didgeridoo sei eine kulturübergreifende Sammelbezeichnung für einen hohlen Ast oder Baumstamm, dem man Töne entlocken könne. Ein zeitgenössisches Spiel des Didgeridoo außerhalb des Stammeskontextes sei nie als kulturelle Aneignung angesehen worden. Der Vorwurf sei demnach eine kulturelle Bevormundung. Den Begriff der Bevormundung finde ich für diese Gruppe der Extremisten noch viel zu harmlos. Das Fahrrad-Kino-Kombinat, also FKK, schreibt auf ihrer Internetseite selbst dazu, Wir haben ein Konzert abgesagt. Ein Konzert, das aus der Perspektive des Kollektivs nicht offiziell zugesagt war. Na was denn nun? War es nur aus eurer Perspektive nicht offiziell zugesagt? Oder war es tatsächlich nicht offiziell zugesagt? Eine Einzelperson hat mit Tom F. einen Konzerttermin vereinbart. Ohne Anfrage, ohne Raumbuchung, ohne Einigung über Gage oder Kosten auf dem offiziellen Weg, so wie es bei jedem anderen Konzert üblich ist. Was außerhalb der Kommunikation unseres Plenums stattfindet, liegt außerhalb unserer Wirkmacht. Klingt, als gäbe es dort regelmäßig eine Art Stuhlkreis. Also hier schiebt man die Schuld erstmal von sich weg. Aber noch nichts von kultureller Aneignung. Die kommt noch. Erst durch eine spätere E-Mail des Künstlers wurde der Rest des Kollektivs auf das geplante Konzert aufmerksam. Es wurde schnell klar, dass nicht genug Kapazitäten für das Betreuen des Konzerts vorhanden waren. Zudem äußerte ein Mitglied den Wunsch, bei den wenigen Kapazitäten, die momentan zur Verfügung stehen, ein diverses Line-Up verstalten zu wollen. Das heißt, Flintas in Klammern 1 und Bipox 2 mehr Bühne zu ermöglichen. Also eine Einzelperson vereinbart das Konzert und eine andere Einzelperson möchte Weiße von der Veranstaltung ausschließen, um ein Zeichen gegen irgendwas zu setzen. Aber es ist kein Canceln, denn in den armen Flinters und Bipox können wir deutlich weniger Gage zahlen, uns dafür nach außen hin aber damit schmücken, dass wir Wert auf Vielfalt, vor allem vielfältige Hautfarben legen. Und ja, wir haben uns als Gruppe in den letzten Jahren auch mit der Thematik der kulturellen Aneignung auseinandergesetzt und der für uns damit einhergehenden Verantwortung, die wir als Veranstalter gegenüber unserem Publikum sehen und tragen wollen. Wir sind weder eine Cultural Scharia Police noch die Westentaschen Taliban, Zitat Tom F. Facebook Post 1. Begriffe, die sich rechter Rhetorik bedienen. Ihm werft ihr vor, dass er sich rechter Rhetorik bedient, was in diesem Zusammenhang überhaupt gar kein Problem ist. Ihr hingegen nutzt Methoden zur Spaltung, zur Trennung, zu völkisch-kultureller Exklusivität. Das heißt, Rassentrennung auch bei der Anwendung von Musikinstrumenten. In den USA nennt sich das CRT, Critical Race Theory. Zu deutsch übersetzt kulturelle Rassentheorie oder kulturelle Rassenlehre ist da allerdings nicht so ganz populär. Von Tom Fonzer selbst gibt es dazu ein sehr ausführliches Statement auf seiner Facebook-Seite Tom Fonzer Umlaut Recordings. Dort schildert er die gesamten Vorfälle aus seiner Sicht. Das ist ein recht langer, umfangreicher Beitrag, in dem er auch belegen kann, dass es tatsächlich feste Absprachen gegeben hat. Dass es nicht nur eine mündliche Vereinbarung war zwischen ihm und einer Einzelperson. Zudem soll es sich um dieselbe Person gehandelt haben, mit der man bereits das Konzert 2019 geplant und die Dinge schriftlich vereinbart hat. Zudem gibt er an, dass das Fahrrad-Kino-Kombinat nicht das erste Mal mit Künstlern so umgeht und die Begründung der kulturellen Aneignung auch hier nicht das erste Mal herhalten muss. Auch spricht er in seinem Kommentar den Fall von Fridays for Future und Ronja Malzahn an. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, was ich hier oben verlinken werde. Den gesamten Beitrag von Tom Fonzer werde ich unten einmal in der Infobox verlinken. Es lohnt sich definitiv, da einen Blick drauf zu werfen und sich das einmal in Ruhe durchzulesen. An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung der Redaktion, also von mir. Tom Fonzer selbst ist übrigens links. Sehr links. Im Prinzip spielt das für die Beurteilung von dieser ganzen Angelegenheit keine wirklich große Rolle. Nur macht es den Gedanken ein wenig amüsanter, wenn wir uns vor Augen führen, dass hier Linke Linke canceln. Und zwar, weil sie ihnen nicht links genug sind oder nicht die richtigen linken Ansichten vertreten, die man selbst eben hochhält. Auch im Rahmen der ganzen Angelegenheit um die kulturelle Aneignung teilt Tom Fonzer immer wieder gegen die AfD aus. Er distanziert sich auch von Dieter Nuhr. Er lässt uns wissen, dass er der Meinung ist, seine Sendung sei nur etwas für Wutbürger. Er warnt vor der AfD. Er macht sich Sorge um den Rechtsruck in der Gesellschaft. Es wird an der Stelle amüsant, wenn wir uns überlegen, dass kein Rechter, kein Rechtsextremist, niemand von der AfD, von Rechtsaußen oder von der CDU, jemand Konservatives, niemand von diesen Leuten hat ihm bisher kulturelle Aneignung oder etwas ähnlich Lächerliches vorgeworfen oder ihn versucht irgendwo zu canceln oder sein Konzert abzusagen. Das gibt es nur von linker Seite. Und wenn man das in die Diskussion, in die ganze Angelegenheit mit einfließen lässt, dann ist das schon ein wenig ironisch. Zurück zum Video. Noch schöner gefällt mir aber der nächste Part. Niemand verbietet hier irgendwem irgendwas. Wir als Veranstalter haben aber durchaus das Recht, Dinge zu veranstalten, auf die wir Lust haben. Wir sind keine Experten, vor allem weil wir nicht immer eine betroffenen Perspektive in die Entscheidung mit einbeziehen können. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen, euch in irgendeiner Form mit einem australischen Verein vielleicht in Verbindung zu setzen? Ich habe das versucht. Ich habe die NIAA in Australien kontaktiert in der Hoffnung, dass ich dort eine neutrale, sachliche Aussage zu dem Thema erhalte. Bisher gab es jedoch keine Rückmeldung. Wenn man doch ganz offensichtlich keine Ahnung hat und sich nicht mal die Mühe gemacht hat, irgendjemand, der hier betroffen sein könnte, von demjenigen eine Meinung einzuholen, weshalb begründet man die Absage vor allem mit dem Teil der kulturellen Aneignung? Sollte das vielleicht edel nach außen hin wirken? Wollte hier jemand nicht zu den eigenen Fehlern stehen, dass man sich vielleicht finanziell verrannt hat? Was sind die wahren Hintergründe? Ich lese immer wieder, dass es dabei um eine Form der Erbschuld geht. Diese und jene Gruppe hatte es in der Vergangenheit ja ach so schwer. Aber es auf alles auszuweiten, was erst dazu führt, dass wir als Gesellschaft überhaupt funktionieren, ist abartig. Wir werden auch in Zukunft ein Konzert eher ablehnen, als es zu veranstalten. Wenn Zweifel bestehen, das ist kein Canceln. Jemanden mit der Begründung einer extremistischen Ideologie abzusagen, ist genau das. Canceln. Dasselbe passiert in deutschen Talkshows, dasselbe passiert an Universitäten, wenn zu Veranstaltungen oder Plenumsdiskussionen bestimmte Personen wieder ausgeladen oder gar nicht erst eingeladen werden. Ich werde auch nochmal ein ausführliches Video über Ulrike Gero machen, die vor allem während Corona und dem Krieg in der Ukraine gecancelt wurde. Das Internet ist voll von irgendwelchen empörungsgeilen, realitätsfernen linken Gutmenschen, die sich als weiße Helden inszenieren, um für marginalisierte Gruppen einzutreten. Da hätten wir den Fall von Annika bei ihrer Motto-Party, die sich als Asiatin verkleidet hat. Wie heißt du? Annika? Als was du verkleidet? Als Asiatin? Annika geht nach der Schule nach Hause, zieht sich ihr Kostüm aus und darf einfach nur Annika sein. Eine weiße, privilegierte Person. Asiatin können das nicht. Sie sind tagtäglich von strukturellem Rassismus und Diskriminierung betroffen und solche Kostüme ignorieren nicht nur ihre Lebensrealitäten, sie sind auch oft verletzend und von Stereotypen geprägt. Es ist auch einfach rassistisch, sich mit diesem Kostüm als Asiatin zu bezeichnen, so wie als würde jede Asiatin so aussehen und Asien wäre kein riesiger Kontinent mit Milliarden an unterschiedlichen Menschen. Das Ganze nennt sich übrigens kulturelle Aneignung. Also man bedient sich der Kultur einer marginalisierten Gruppe, der man nicht angehört und versetzt diese dann auch noch mit Stereotypen. Wer dann ein Ort der richtige wäre, um darüber aufzuklären, dann ja wohl die Schule. Umso schlimmer finde ich es, dass das in dem Fall anscheinend nicht passiert ist. Das hier ist ein Beitrag vom Kanal Die Chefredaktion. Sie selbst bezeichnen sich als die jüngste Redaktion des Landes, also Österreich. Auf TikTok 11.000, Follower und auf Instagram gut 41.000. Dort finden sich dann wichtige Beiträge wie Was haben Männer in Lesbenbars zu suchen oder Papas Erbe? In diesem Beitrag geht es darum, dass ein Vater sich von seiner Tochter häufig Geld geliehen hat und ihre Bankkarte nutzt. Ein Satz war dort besonders interessant. Auf TikTok finden sich einige Videos von jungen Menschen, die eine ähnliche Dreiecksbeziehung zwischen ihnen, ihren Eltern und Geld beschreiben. Dabei handelt es sich auffällig häufig um BIPOCs und Migra-Kinder, also Schwarze und Migranten. Woran das liegt, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass häufiger junge Frauen von diesem Phänomen betroffen sind. Anekdotisch kann ich das zumindest bestätigen. Zurück aber zur kulturellen Aneignung. In der jüngeren Vergangenheit gab es da ein paar weitere Beispiele. Natürlich ist diese Form der künstlichen Empörung vor allem in den sozialen Medien sehr stark ausgeprägt. Das nennt sich übrigens auch White Saviorism, was Linke wiederum unter sich selbst kritisieren. Das heißt, Weiße spielen die Retter für irgendeine marginalisierte Gruppe. Hört man auch häufig über Personen, die sich im afrikanischen Raum für irgendwelche sozialen Projekte dort unten einsetzen. Mir wurde ein Video zugesendet vom Kanal der Bloggerin Jill Lange. Dieses hier. Der Vorwurf lautet ganz offensichtlich kulturelle Aneignung. Und das ist gefährlich. Er fördert rassistisches Denken durch die Hintertür. Kultur lebt von Austausch, Handel und Offenheit. Antirassismus kippt in Schubladendenken und Ghettoisierung. Es gibt so viele verschiedene Kulturen und wir können alle voneinander lernen und profitieren. Ich persönlich finde den Look einfach schön und trage es gern. Lasst uns doch einfach das Schöne teilen, anstatt in allem etwas Negatives zu suchen. Gerade wir in Deutschland leben multikulturell und Kultur lebt von Austausch und Support. Lasst uns gegenseitig nicht anfeinden, sondern alles Gute miteinander teilen, ohne das Gefühl zu haben, dass jemanden etwas weggenommen wird. Hört auf mit diesem unnötigen Machtgehabe. Kulturelle Aneignung ist nicht negativ. Zumindest so lange nicht, bis keine Absicht der Diskriminierung hintersteckt. Tja, wer in Deutschland sich wann und wie diskriminiert fühlt und fühlen darf, das entscheidet immer noch die politische Linke und Menschen wie in ihren Kommentaren. Da hätten wir zum Beispiel Lea Neh, Tochter einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters. Also ich bin POC, Pock, und ich habe mächtig ein Problem damit und ich denke auch nicht, dass drei Frisuren, die ihr Geld mit dir verdienen wollen, für seine ganze Community sprechen können. Vermutlich meint sie hier Friseure. Auf die Frage hin, was denn ihr Problem damit sei, entgegnete sie, Ich frage mich, welche Kategorie von Ausgrenzung das hier genau sein soll und in welchem Stadion. Linke fordern auf der einen Seite ganz unverblümt Zuwanderung bis zum Volkstod. Nach Hautfarbe getrennte Tanzkurse und Schwarze oder POC, also Menschen von Farbe, fühlen sich nur sicher und in einem geschützten Raum, wenn dort keine weißen Menschen Zutritt haben. Das erleben wir gerade jeden einzelnen Samstag in Dortmund in der Zeche Zollern. Das Video dazu findet ihr hier oben. Contra Junkie hat ihre Schwerpunkte auf Black Lives Matter, Mental Health und Make-up gesetzt. Eine sehr interessante Kombination. Wenn ihre Haare für diese Frisur nicht gedacht sind, ist denn zum Beispiel deine Haut für diese Menge an Make-up gemacht? Oder sind deine Gesichtszüge dafür gemacht, dass sie mittels Grundierung und Spachtelmasse schlanker erscheinen sollen nach außen? Ich stelle hier übrigens nur Fragen und verurteile niemanden. Merxios schreibt auch noch dazu. Ich möchte das hier nochmal betonen, weil es scheinbar keiner verstehen will. Weiße Menschen haben nicht zu entscheiden, was Rassismus und was kulturelle Aneignungen sind. Sie haben ihre weißen Privilegien zu erkennen und zu hinterfragen. Was für dich stylisches Bali-Hair ist, ist der eingeflochtene Rettungsweg einer schwarzen Sklavin im 18. Jahrhundert gewesen. Oder die Art und Weise, wie schwarze Frauen ihren Afro versteckt haben, damit sie nicht angefeindet werden. Es ist kein Beauty-Trend, sondern Kultur und Geschichte. Wenn du dich darüber informierst und die Frisur immer noch mit Respekt vor dem Hintergrund tragen möchtest, deine Sache. Als Urlaubs-Look und Freiheitssymbol ist das allerdings vollkommen unangebracht. Ja, den Beleg dafür bleibt sie uns immer noch schuldig. Ich dachte bisher, es würde um Kultur gehen. Will uns die Dame mit den schwarzen Haaren und der äußerst weißen Haut, die wahrscheinlich auch ein Privileg der weißen Hautfarbe genießt, will sie uns hier erzählen, dass die Unterdrückung der schwarzen Gesellschaft ein Teil ihrer eigenen Kultur ist? Ging es um die Geschichte, dann müsste man es doch als eine Art historische Aneignung oder als eine unsensible Art der Geschichtsbewältigung von Teilen der schwarzen Bevölkerung bezeichnen, oder nicht? Und wie passt diese Definition von ihr hier zum australischen Ditchery-Doo? Meine Theorie ist, dass sich Schwarze diese Frisur zum Schutz vor Diskriminierung in der Vergangenheit selbst angeeignet haben. Denn diese Frisur ist älter als die Versklavung schwarzer Menschen durch Weiße. Was streng genommen auch erstmal diskutiert werden könnte, denn die Bevölkerung hat sich gegenseitig erst versklavt und dann hat man die Menschen für Bronze-Armreife an Europäer verkauft. Aus diesen Armreifen, also der Sklavenwährung, sind dann übrigens später die Benin-Bronzen entstanden. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Die hat Deutschland an irgendein afrikanisches Land mit N zurückgegeben, zumindest wenn wir die feministische Außenministerin Anna-Lena Baerbock fragen. Wenn also irgendjemand irgendwo auf der Welt mal etwas getragen hat oder getan hat als Schutz vor Diskriminierung, dann muss ich mich dort einlesen und damit beschäftigen, bevor ich, ja was genau darf ich dann eigentlich noch? Dieses Märchen kulturelle Aneignung hat man einfach blind aus den USA übernommen. Wie so vieles aus der aufgeweckten schwarz-weiß-bunten Pock-Bevölkerung dort, auch die Critical Race Theory, von der ich eben schon mal gesprochen habe, also die kritische Rassentheorie oder eben Rassenlehre. Im Deutschen darf man das nicht sagen, denn laut linkem Mainstream gibt es gar keine Rassen, denn damit würde man sich als das outen, was man eigentlich ist. Nämlich ein Rassist. Den wiederum gibt es aber auch nur einseitig, denn wenn man die selbsternannten Historiker der Black Lives Matter Bewegung oder Katharina Chaya dazu fragen würde, dann entscheiden Menschen wie sie, was historisch korrekt ist und was nicht. Es gibt noch mehr solcher kruden Aussagen und in den Kommentaren und in dem Beitrag, den ich euch hier unten verlinkt habe, könnt ihr das nachlesen. Und wer zwischendurch mal das Gefühl hat, dass der Blutdruck im Keller sei oder ihr vor dem Sport nicht genügend Energie habt, dann schaut einfach diesen Beitrag an und ich bin mir sicher, das bringt jede alte Pumpe wieder so richtig in Fahrt. Nebenher möchte ich noch erwähnen, dass ich diese Form von Inhalten in hohem Maße ablehne. Für mich ist Instagram, TikTok, Onlyfans und andere Plattformen, auf denen sich Frauen wie Jill gezielt so präsentieren, eine neue Form medialer Prostitution. Aber Sex sells, also Sex verkauft sich eben gut. Der Grund, warum es beim Boxen die Nummerngirls gibt oder wie es bei der Formel 1 die Gridgirls oder umgangssprachlich die Boxenluder gab. Die hat man übrigens zutiefst verurteilt aufgrund von Sexismus. Wenn man sich aber heute genauso kleidet und damit selbstbestimmt auf einer Plattform Geld verdient, die einen Großteil des Geldes auch einbehält, dann ist das irgendwas mit Freiheit und Selbstbestimmung. Auch dazu werde ich nochmal in einem separaten Video detaillierter etwas sagen. Ein Satz noch zur kulturellen Aneignung. Es wird so getan, als würde man anderen Kulturen etwas wegnehmen wollen. Als sei es keine Bereicherung für einen selbst und die Kulturen, in der man lebt, sondern so etwas wie rassistischer Diebstahl geistigen Eigentums. No borders, no nations, aber kulturell soll man dann doch unter sich bleiben? Lederhosenvergleiche kontert man übrigens ebenfalls mit einer kulturellen Erbschuld. Und wer es in der Vergangenheit schwer hatte, wer diskriminiert wurde und wer Leid erfahren hat, das entscheiden eben nicht mehr Historiker oder die Geschichtsbücher, das entscheiden junge, marginalisierte Redaktionen in Österreich. Ist es Zufall, dass Themen rund um völkisch-nationalistische Abstammung, das Reinhalten der eigenen Ethnie und die Ablehnung des Fremden Neuen jetzt aus Österreich auch kommen? Die Frage kann jeder selbst für sich beantworten. Abonniert gerne den Kanal, bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video mit euren interkulturellen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut.